So, wer bist du denn? Thomas. Komm mal ran auf mir. Thomas. So, hast du ein paar letzte Wörtchen? Nö. So, einmal deinen Arm hierdurch. Super. Den anderen Arm hierdurch. Super. Haben wir das auch hingekriegt? Kannst du dir was sagen, wenn du die Kamera in den möchtest? Ach, sagen wir mal. Du hast vielleicht die letzten Aufnahmen, ne? Nee, garantiert nicht. Dafür sind heute schon viel zu viele Heile unten angekommen. Das ist richtig. Das ist meins. Komm mir vor, als hätte ich eine Windel an. Als nächstes kommt der Thomas. Ja, nicht so schlimm. Herr Thomas, verstanden. Für anderen auch verstanden. Sicher sollst du ja sein, ne? Ja. Nicht bequem, sondern sicher. Komm mal her. Ach so. Hi Thomas. Können wir, wa? Ja. Eieieieiei. Das sieht natürlich schon ganz schön anders aus. Ja, ne? Ist das krass. Ich bin ja verrückt. Bitte! Also schmeckt das noch schnapp hier mal nicht mal ang Deutsch? strongly особенностisch. Dach? So, das ist echt lauer. So, das ist echt lauer. So, das ist echt lauer. So, einmal nach hinten. Ja. So, also hier ist ein Stück weit. Dann lass ich den Stück ab und dann... Okay. Jo. So, danke. Na ja, es wird schon gehen. Lieber nicht. Lieber nicht. Ist das geil. Scheiße, ist das geil. Okay. Ha, 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 ha. Himmel, Aschenswirt. Ha, ha, ha. Okay. Na ja, es geht schon. Kein Probier. Eins. Zwei. Drei. Jetzt. Das ist... Dann. Jetzt. Jetzt.